Ein Gedicht. Erstens, entnehmen Sie den Text vorsichtig seiner gedruckten Hülle. Achten Sie dabei auf die Schrift, wie in Zeichnung A beschrieben. Halten Sie das Gedicht mit der Überschrift nach oben. Handelt es sich um ein japanisches Gedicht, fragen Sie bei Ihrem Händler nach einer Version in Ihrer Sprache. Fangen Sie nun an zu lesen. Vorsicht, die Aufnahme des Textes kann Bilder in Ihrem Kopf erzeugen. Dieses Verhalten ist normal und stellt keine Funktionsstörung dar. Ja, Heimat und die Liebe natürlich. Erinnerungen an die Heimat, Erinnerungen an die Liebe. Dieses Gedicht heißt Erinnerungen. Tag, Traum, Frau. Nachtgespenst in meinem Kopf. Ich will mehr davon. Engelszungenhaar, süßer Duft auf meiner Haut. Ich will mehr. Augenaufschlagblick, rasendes Herz in meinen Augen. Ich will das tausendste Rätsel aus einer Nacht. Du da, ich hier. Aneinander vorbei, träumen, versäumen. Noch immer da. Ich. Ich.